Hallo, hier ist die Kiwi wieder und zwar bei The Forest, Teil 13. Der Danny ist leider immer noch krank. Ich gehe das mal zum Moment an und werde eine Axt tun. Entschuldigt mich bitte, wenn ihr hier ab und zu mal, ich mit der Maus nicht so ganz klar komme oder mit der Steuerung beziehungsweise. Das ist gerade mein erster Versuch bei dem Spiel. Nehmt es mir jetzt bitte nicht so übel. So und ich sehe gerade, da ist schon ein schönes Haus. Bauen wir mal noch eine Wand hin. Gucken wir mal. Ach, wir können allgemein mal gucken, was wir bauen. Dann gehen wir mal, gehen wir mal, gehen wir mal einen Wald. Holzhacken, hä? Da gehen wir mal Holz fällen. Ja, ja, da gehen wir Holz fällen. Und immer schön unsere komischen Nachbarn im Oge behalten. Da hacken wir mal das Holz, da hacken wir das Holz. Ja, wir hacken das Holz. Oh ja. Machen wir denn nicht bald mal durch hier. Oh, mein Fehl. Oh, mein Fehl. Äh, wo? Hier. Ah, ja. Äh, ja. Nehmen wir den auch noch und bauen die Wand da mal langsam. Gucken wir mal, wo unsere komischen Nachbarn nicht kommen. Die mögen wir nämlich nicht. Also, beziehungsweise, die mögen mich nicht. Warum? Äh, ich bin eigentlich ein ganz friedfertiger Mensch. Eigentlich. Jetzt weißt du nicht mehr, wo der andere Baum ist. Äh, ich hau das doch hier weg. Äh. Könnten ja mal rein theoretisch. Im Inventor. Vorher. Gut, wir gehen in die Axt wiederholen. Wir gehen Bäume fällen. Oh, essen. Ey! Egoi! Ach, dann eben nicht. Ach, das ist ja schon gefällt. Jo. Ähm. Wir nehmen den das schön, das schön fett. Ja, wir hacken das Holz. Wir hacken das Holz. Ja, wir hacken das Holz. So ein Spaß. Ey, wenn ich fertig bin, hab ich bestimmt ohne Ausbildung als Holzverlauf bestanden. Oh, fällt! Hä? Woher fällt er denn? Och nein, nicht nach unten. Bis klar. Das ist ja gerade auch noch gerollt, oder? Ah, das ist noch Holz. Immer schön merken, wo das Holz ist. Was? Wir haben eh geräumt, aber im Haus bestimmt öchelang bleibt er da. Mal ein bisschen Romantik rein wollen. Hä? Wo ist denn jetzt das Holz? Ah, ich wusste doch, dass da Holz liegt. Bin doch nicht blöd. Schick, oder? Ja, brauchen wir noch so ein Ding? Ja, wir brauchen noch so ein Ding. Ich mag ja meine Nachbarn, aber so ein bisschen... Freiraum wäre oh schön, finde ich. Bin ich der Meinung, ne? Ich meine, muss ja nicht nur leben, ne? Ich mag's. Ähm, dann brauchen wir gleich noch eine. Weil das so schön ist. Jetzt gehen wir wieder Holz hacken. Ja, ja. Holz hacken. Also viele dicke Bäume hab ich gar nicht mehr. Nein, nein. Der geht ja gar nicht. Oh, ich muss mal meine Axt wiederholen, ne? Holz hacken ohne Axt ist irgendwie schön sinnlos. Ich glaub, mit dir kann ich nix anfangen. Ich hack dich trotzdem. Ah, ich bin Holzwerlauferberuf. Oh, jetzt will ich auch nicht mehr. Ich brauch so fette Holz. Oh, ja. Gebe das Holz ja. Ich bin Holzwerlauferberuf, ja. Ich hack den ganzen Tag Bäume. Oh, Baum fällt wo auch immer hin. Ich weiß es nicht. Ah, nach vorne. Ja, mach's so gut. Ich muss schön die Augen aufhalten. Nicht, dass uns hier einer in der Mütze will. Ah, dann bauen wir uns ein kleines Traumschluss. Gehen wir wieder in den Wald. Wir gehen wieder in den Wald. Einsam und immer unterwegs zum Holzfällen. Ja, ja. Ich bin Holzwerlauferberuf. Oh, oh. Oh, schnell mein Axt tut. Spitz, bro! Das ist wohl ne Macke! Schrulle! Nicht mit mir, wo stehst du? So ein Name, oder wat? Komische Schruppe. Ich meine, ich liebe ja meine Nachbarn, aber das ist ja mal keine nette Begrüßung hier. Und ich spinne wohl. Alter, hier wirst du noch gestalkt. Das kann Schaffelei leiden, ey. Nee, nee. Willst du erst hinten anschleichen und dann den Reino? Na, nee, auch nicht mit mir, mein Fräulein. Spinnt wo? Hat wohl ihn am Helm, oder was? Weißt du, wenn dir meine Schutzwand nicht gefällt, dann kann man das ordentlich klären. Hat er mir nicht gleich am's Fälle wollen. Komische Schrubze. Schau mal, meine Axt wird doch, ey. Wer weiß, wo die Viecher noch überall herkommen. Die hat vielleicht leicht gefrühstückt, oder so. Geht aber gar nicht. Eine Schrulle. Ich sag's euch, Leute. Die Frauen von heute, die sind... Ah, mit denen ist nicht mehr gut Kirschen essen, ey. Die gehen da ja gleich ins Fälle. Nee, nee. Ey, wieso willst du dich in den Schacken lagen? Komischer Baum. Na, nehmen wir den da. Ey, echt? Da wollt die mich umbringen. Spinnt die? Jo, bist schon weiter weg vom Baum, und dann klappt das. Irgendwie? Könnt man was essen? Äh? Jo, das war nicht gut. Hab ich grad festgestellt. Ja, gut. Ähm. Wir könnten ja mal was zu essen machen, ne? So. Hm, lecker, lecker. Hm. Ja, lecker. Hm. Jetzt gibt's Essen. Happa, happa. Hm. Hm. Jetzt gibt's Essen. Ah, ich glaub. Bald durfte es fertig sein. Hm? Hm? Wo lecker? Ich geh mal wieder heul zu. Ah, ich brauch jetzt auch mein Achsel wieder hier. So, und das sind mir zu komische Menschen. Die wollen mir ständig an die Kapuze. Das kann ich nicht zulassen. Ach, geh doch mal durch. Lisa, du bist hier zu dick. Der Baum war's. Ah, genau. Ich hab ihn markiert. Jetzt klappt das doch viel, viel besser. Das sind ja alte Bäume, oder? Baumfett. Schaffen wir das mal schnell heben? Klingt doch schon mal wieder nicht nett. Ich glaub, ich hab schon wieder Besuch. Boah, ich steh da nicht so drauf. Unangemeldeter Besuch ist immer... Hm. Mist. Nicht alles mag, aber kein unangemeldeter Besuch. Ach, ja. Fehlen noch ein paar. Noch sechs Stück fehlen. Hier waren doch gerade Welte reingefallen. Genau, da ist er. Ich schubse mal hier nicht rum. Hä? Wo ist denn der andere? Der andere ist doch auch hier gewesen, oder? Ah, da ist er. Gehen wir wieder fein außen lang. Ja, machen wir. Oh, oh. Klingt doch schon wieder, als kommt der Besuch, den man nicht brauchen kann. Wissen, wenn die wenigstens das machen würden, hätte ich ja nichts dagegen, dass ich mich besuchen habe. Und nee! Stehen bloß rum. Hauen wir auf die Kimme. Und dann? Nee, nee. Dat geht gar nicht. Gehen wir mal hier oben Bäume fallen, ha? Die Axt wiederholen. Axt. Wo bist du? Hier bist du. Vielleicht kommt der wird doch ein unangenehmer Nachbar oder so. Jetzt regnet das auch noch. Nein! Och, Mensch. Regnet, regnet, regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. So, Leute, das war jetzt der 13. Port von The Forest. Wir enden hier mal und sehen uns dann im Port 14 wieder. Schaut, es hat euch sehr gefallen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!